Kurz vor Weihnachten wurde es auf Schalke noch einmal stimmungsvoll, aber nicht ein Spiel der Königsblauen lockte über 30.000 singfreudige Menschen in den Fußballtempel, sondern das zweite Weihnachtssingen auf Schalke. Nach der gelungenen Premiere im Vorjahr wurde auch in diesem Jahr die Felddienstarena in einen Ort voller Besinnlichkeit und Wärme getaucht. Tausende Besucher sangen ausgewählte Weihnachtslieder zusammen mit einem Chor und vielen bekannten Künstlern wie zum Beispiel Lucy oder Pur-Frontsänger Hartmut Englach. Es wurde aber nicht nur gesungen, nein, es gab natürlich auch eine Weihnachtsgeschichte. Vorgetragen von Eurofighter Mike Büskens. Maria und Josef bedanken sich bei den Männern. Sie danken alle Gott, dass er den Retter in diese Welt gesandt hat. Fröhliche Weihnachten. Zwei Stunden volles Programm im Fußballtempel, aber jetzt leise und besinnlich. Dankeschön. Ich hab euch lieb. Dankeschön. Frohe Weihnachten.